Und hier ist die nächste Bestzeit im Hinternis 4 mit 42,29 Sekunden, Bestzeit für den Schweizer im Hinternis 4. Die nächste Geister über die Sicherung im Hinternis 7 mit 40,4 Sekunden im Ziel. Jetzt ist er weiter 3 Sekunden ab im letzten Hinternis und übernimmt die Bestzeit. Auf die 5. Kommt weiter 3 Tischer im Hinternis 5, damit wir sie 5 Sekunden und Annika Geiger in den Hinternis 5, die derzeit noch die Bestzeit haben. Und in der gesamten Welt ist eine Stur und 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 eine Stur.